Nicht nur die Lippenbehandlung selber, sondern auch die Oberlippe bedarf vielmals einer Behandlung, vor allem dann, wenn da kleine Fältchen sich bereits gebildet haben. Das würde immer die Lippe in der Schönheit und Attraktivität etwas eingrenzen und deshalb diese Behandlung hier, so dass man am Ende auch lächeln kann, wenn die Behandlung erfolgt ist und die Unterspritzungen an entsprechenden Stellen erfolgen schmerzfrei. Das kann man auch hier, denke ich, relativ schnell sehen. Und am Ende der Behandlung wird es so sein, dass die Patientin in dem Fall die Region faltenfrei hat und die Lippe selber noch stärker zum Ausdruck kommt. Und dass dies in hervorragender Weise erfolgt, sieht man durch das Lächeln der Patientin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017